Was bedeutet Kappa? Das Kappa-Meme ist vor allem auf der Streaming-Plattform Twitch weit verbreitet. Mittlerweile findet man ihn aber auch auf anderen sozialen Netzwerken, wie YouTube oder Twitter. Aber was bedeutet es? Kappa steht für Sarkasmus. Wenn es am Ende eines Satzes steht, so ist damit zu rechnen, dass diese nicht ernst gemeint ist. Die Entstehung 2009, als die Seite Twitch noch JustinTV hieß, entschied sich der Mitarbeiter Josh DeSino, sein Gesicht auf der Seite zu verewigen. Das hatten schon viele seiner Kollegen zuvor gemacht. Da er ein Fan der japanischen Mythologie war, nahm er ein japanisches Fabelwesen als Namensgeber. Das Fabelwesen Kappa. Mittlerweile gibt es mehr als sechs verschiedene Arten des Memes Kappa auf Twitch. Das Meme Kappa ist das derzeit meist reproduzierte Bild, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Tja, abschließend bleibt zu sagen, dass das wahrscheinlich mein aufwendigstes Video war, das ich je für YouTube produziert habe. Von daher würde ich mich über jedes Abo und jedes Like mega freuen. Ja, das war eigentlich auch schon alles. Viel Spaß auf YouTube noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.